allihallo leute ist das nicht der wahnsinn guckt euch das mal an wir schreiben den 15. november heute das ist ein wetter das ist ja der knaller also meinetwegen kann das so bleiben herbst und winter okay angenehme temperaturen kann ich gut mit leben bäume wie man sieht alle abgestorben laub nicht hier über eure aber das ist doch der wahnsinn irgendwo kriegt hier die ganze zeit und so ein vogel rum keine ahnung da hinten irgendwo ich weiß nicht ob er in not ist oder was er hat und sich schon wieder beruhigen aber das ist doch es unglaublich ich hab mir gedacht wenn heute noch mal so ein geiles wetter hier ist noch fährst du noch mal an den seht ihr das weg denn zu hause erst sehen ob etwas geworden ist und dass die seele noch mal baumeln weil langsam fällt mir auch hier die decke ein bisschen auf den kopf war zwar schon mit einem kumpel heute anständig spazieren ich bin der meinungsfinder hat 50 kilometer war nicht er sagte nee bei weitem nichts aber ist egal gut ich hoffe ihr habt auch die gelegenheit schöne wetter noch mal zu genießen und ja das war eigentlich auch schon ist vielleicht auch ein bisschen beweis für nächstes jahr wer weiß was nächstes jahr ist vielleicht ist es ja dann schon arsch kalt und der der schnee liegt meter hoch tack ich